Liebe Kalligrafie-Freunde, ich bin Peter Unbehauen und heute soll es um den nächsten Kalligrafiekurs in Klingenberg gehen. Der findet statt vom 17. bis zum 19. März in Klingenberg an der Ostsee in der Nähe von Lübeck. Das Thema wird sein, die römische Labidarschrift. Viele Teilnehmer hatten danach gefragt. Es ist etliche Jahre her, dass ich das zuletzt gemacht habe, dieses Thema. Sie wissen ja, in diesem Jahr 25 Jahre Klingenberger Kalligrafiekurse.